Ich will mal, ob der aber aufgekackt ist. Das sah voll gut aus. Warum funktioniert das nicht? Hi! Hä? Hä? Das hab ich geportet. Funktioniert eh nicht. Warum funktioniert das nicht? Boah, jetzt muss ich noch Google fragen oder was hier? Ja, frag mal. Oder muss das auf einer, also niedriger sein? Hm. Ja, vielleicht darfst du nicht so hoch. Wenn ich mal mein Jetpack so hochkomme. Nee, ich glaub, das darf man echt nicht so hoch. Siehste? Dann müssen wir das nächste Nacht nochmal machen, oder was? Ja. Ja. Aua. Jetzt hab ich Schaden bekommen. Oh, das ist ja scheiße. Bitte flieg ich jetzt nach Hause? Nee, warte mal, nicht nach Hause. Warum wollte ich jetzt nach Hause? Was sind... Was sind... Was sind leckert? Oh, voll die falsche Richtung eigentlich. Oh, für 80 gehen, das sollte reichen. Du musst wieder die Höhle suchen. Und ich glaub, man darfst du auch nur auf so einem offenen Grasgebiet machen. Ich weiß nicht genau. Da steht doch schon, dass es okay ist. Ich weiß nicht. Ich glaub, der war irgendwie nicht, ne? Ja, weil er zu hoch war. Nein, ich glaub, es lag an der Höhe. Ja, weil er zu hoch war, ja, denk ich mal auch. Weil irgendwie da schlägt dann so ein Blitz eigentlich. So, ja. Das ist die Blitz so hoch. Ja, und vor allem soll es ja wahrscheinlich ein bisschen gefährlich sein, wenn es die Welt zerfressen kann, ne? Ja. Dann wäre es ja ein bisschen billig, wenn man es einfach oben in der Luft machen kann und es nichts passiert. Wie Martin hochfliegen wollte und er einfach abgegangen ist. Ja, irgendwie kann man nicht so hochfliegen mit dem Netzwerk anscheinend. Das ist doch gut, ja. Hier stehen drei Skelette in der Höhe. Ja, schießt mich doch! Alter, wird die mich verarschen. Also gegen zwei Skelette kannst du gar nichts machen. Klar, okay. Ne, geht ja nicht, kommst du ja gar nicht ran. Natürlich. Nein. Natürlich. Jetzt verfolgen die mich, oder was? Soll! Das ist halt eine Aufnahme. Ja, gut. Alter, jetzt hör doch mal auf! Ich sterbe gleich! Ich hab erst ein Herz verloren. Ey, jemand hat von der Erde eingesammelt. Ich. 37. Jetzt ist gut. Squad? Squad. Nein, nicht das. Das hier. Dann fahr mich mal ein bisschen weiter, ey. Ja, ich auch. Ich muss ja. Welche Höhe findet man in dieses Zertus-Quarzzeug? Überall, glaub ich. Okay. Welche Höhe findet man Diamanten? Ich kenn mich mit Beikampf nicht aus. Ich find's auch immer wieder gut, dass es immer noch total verschiedene Ansichtsarten gibt von der Höhe von Diamanten, ne? Manche sagen, unbedingt musst du bei Höhe 12 gucken. Andere sagen, nee, nee, alles unter 10. Ja, wo die am meisten Glück hatten, ne? Ja. Aber es gibt irgendwie, es gab ja mal eine Statistikseite, aber ich hab die nicht mehr gefunden. Da war wirklich komplette Statistik, auf welche Höhe die meisten Diamanten gefunden wurden. Da konnte jeder immer seine Höhe eintragen. Und der hat dann die Wahrscheinlichkeit für die Höhe ausgerechnet. Ah, sorry. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber ich find die Seite irgendwie nicht mehr, oder? Die gibt's nicht mehr. Das kann man auch viel einfacher machen. Was denn? Statt, dass alle daran beteiligt werden müssen. Einfach ein Programm schreiben, was guckt, auf welcher Höhe halt die Diamanten sind. Ja, ist ja voll dumm. Das ist ja wieder Cheaten. Vorher kann man das, glaub ich, gar nicht so richtig machen. Weil es einfach nur random eigentlich ist. Normalerweise ist es random, ja. Ich mein jetzt nicht, dass das halt den Usern zeigt, wo die sind, sondern einfach so halt als Statistik dann. Naja, aber es ist trotzdem random. Das ist ja pro Welt unterschiedlich. Und der hat einfach nur die Wahrscheinlichkeit für die Höhe berechnet, quasi. Ist trotzdem auf jeder Etage eigentlich egal. Also von 16 bis 0 ist es überall. Ist egal, ich fahr überall. Ich geh meistens 14. Ja, ich geh meistens so 12, 13. Hatte ich bis jetzt mal am meisten Glück. Es ist auch so, wenn du persönlich Diamanten gefunden hast, dann suchst du immer auf dieser Höhe. Hm. Und du guckst ja nicht da auf den Höhen, wo andere immer Diamanten finden. Das ist eigentlich so. Der hat sein eigenes Diamantensugsystem. Ist ja schön. Können wir natürlich auch einfach ein Computercraft-Dings bauen. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, einen Diamant zu finden, eigentlich auch ziemlich gering. Vor allem lohnt sich das doch gar nicht. Aber ich sammle schon mal Kohle. Da kann ich mir vielleicht ein paar Diamanten herstellen. Ja, dafür ist Industrialcraft 2 eigentlich ganz gut, ne? Dass man sich Diamanten herstellen kann. Cheater. Oh, da kann ich ja Martins System benutzen. Hm. Ja, mal. Nochmal, was hast du denn gedacht, ey? Da ist grad aber voll den Gold am Schmelzen, Lein. Hm. Und du brauchst einen Presser, ne? Drei Mimichita hab ich mit der Spitzhacke gerade bekommen, ne? Hm. Hat das was mit Dings zu tun? Natürlich, es gibt nur einen immer raus, normalerweise. Ah, okay. Ich hab jetzt fünf. Von zwei Erzen. Ich hab voll die geilen Tools, Martin, ey. Ich hab voll die geile Höhle, oder? Ich hab auf meine Spitzhacke Axt und Schaufel Repair. Das ist cool, ja. Ich überleg auch, ob ich mir Tinkers Canstruck wieder mache. Da gibt's die besten Tools, wenn man nicht Soundcraft benutzt. Ja. Mein Spitzhacke ist eher am geilsten, Alter. Repair 2, Efficiency 4, Fortune 3 und Breaking 3. Noll. Voll ja. Schon ein bisschen OP, ne? Ne. Doch. Ne. Ach man, warum nehm ich denn den ganzen Scheiß eigentlich immer mit, weißt du? Ich hab jetzt meine Rüstung dabei, die ich nicht anziehen kann, weil ich ja den Jetpack anhab. Dann hab ich hier, ähm, mein Chisel dabei. Weizen. Redstone. Ich nehm einfach immer alles mit, Alter. Als wenn, Jodo. Als wenn, Jodo? Als ob, Jodo. Sieht mein Chonch dann jetzt besser aus? Keine Ahnung, du. Keine Ahnung, du. Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Oh, pst. Aber, niemanden verraten. Sag es niemanden, Tobi. WTF? Mir ist aufgefallen, dass ich in den Aufnahmen immer so leise bin, dabei ist mein Mikro auf voll Lautstärke, Alter. Wer hat den Doftrottel hier getötet? Welchen Doftrottel? Ich hab keinen getötet. Du bist doch noch am Leben, Alter. Ey, wie ist das denn weg? Despawned. Ja, eigentlich können die nicht despawnen, oder? Ja, ich hab niemanden getötet. Ihr habt heute noch zu mir gesagt, friedliche Kreaturen können nicht despawnen. Ich nicht. Tobi hat es gesagt. Ich hab aber eigentlich heute alles gesagt. Ja? Ja. Alles. Alles, was es gibt? Mhm. Voll geil, Alter. Wie hast du es in der kurzen Zeit geschafft? Mit Google. Mhm. Brauchst du mein Rotil-Ohr von Marie Koltzschel? Brauchst du mein Gott nicht? Brauchst du mein Gott nicht? Lassst du mal pennen gehen, ey. Geht nicht. Wie in Echt jetzt, oder was? Ja. Nee. Doch. Die Aufnahme ist aber noch nicht zu Ende. Lassst du mal pennen gehen. Du hast gesagt, du bleibst mindestens zwei Stunden noch da. Eineinhalb. Eineinhalb. Also 20 Minuten muss ich noch. Ja. Nee, irgendwie nicht. Die Aufnahme läuft ja gerade mal 53 Minuten. Ja, aber du hast doch so spät gestartet. Nee. Hm, doch. Nee. Ich hab direkt nachdem du es gesagt hast gemacht. Also musst du 15 Minuten nach der Aufnahme immer noch da sein. Achst du? Weil die Aufnahme eine Stunde 15 Minuten geht. Haha, hab ich dich am Arsch, ne? Ja, ein bisschen. Tja. Ja, mit meiner Schlauheit musst du halt leben, Martin. Das ist ja gewohnt. Ah, schon. So schlau wie ich bin, ist das ja. Normal eigentlich. Schon zwölf mit Michita, Alter. Voll gut. Oh, ich bin wieder hier in so'n, äh, Minenschacht. Du bist jetzt aber auch voll der Hochgepushte, weißt du? Ja. Das ist ja wohl klar, oder? Das war auch dein Oberonnenten so ein bisschen. Das wäre eh am besten. Hochgepusht zu sein. Mhm. Ich pushe dich voll auf YouTube. Ja? Mhm. Hab ich auch gar nicht gemerkt, Alter. Aber nett von dir. Kein Ding, ne? Auf jeden Fall nett von dir. Hier war schon mal jemand. Ich. Hier sind alle Caves ausgelutscht. Alle. Ne Minenschacht. Wow, Creeper. Und ich hab ein Standbild. Voll gut. Gut, immer am besten. Perfekt, dass man das Standbild genau hat, wenn man den Creeper gesehen hat. Ja. Hab auch jetzt nur vier Herzen oder so verloren. So, okay, hier ist nix. Aluminium brauche ich nicht unbedingt. Hier sind überall auf jeden Fall Fackel. Also hier war schon niemand. Niemand. Aber hier hat jemand Essenz-Ohrs liegen lassen. Ich war das wahrscheinlich. Ich hab die gar nicht mehr mitgenommen. Ich hab die nie mitgenommen. Dann war das vielleicht auch Trubi. Wieso kannst du die dann stehen lassen? Ich bin voll der Bad Boy. Aber sag's keinem, bitte. Sag's keinem, sonst krieg ich Hausarrest. Mhm. Wie Butters, Alter, der immer Hausarrest bekommt. War das, du hast die Welt gerettet. Aber du hattest eigentlich, du solltest eigentlich schlafen. Dafür gibt's eine Woche Hausarrest. Ja. Richtig gut, Alter. So eine Eltern hätte ich auch gerne. Ja, ich will wieder nacht. Oh, nee. Tja, obwohl du kriegst jetzt noch Hausarrest. Meine Mutter sagt jetzt morgens zu mir, du hast Hausarrest. Sag ich, geil, zock ich, Alter. Geh ich mal zocken. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Das ist ein voll kleiner Minenabschnitt nur. Oh, ich komm mit dem Possible-Hole so geil aufs Caves raus, ne? Ja, das natürlich. Cool. Könntest du mich auch mal machen. Oh, warte. Bin ich jetzt nochmal hier reingekommen, eigentlich? Ja, dann gib doch mal was, Tobi. Gib doch mal. Ich bin irgendwo von oben gekommen. Ah, hier. Hä? Nein, mein Jetpack ist an, ich kann nicht mehr fliegen. Das ging ja richtig fix, Alter. Wo bin ich jetzt? Hä? Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ach, hier muss ich rum. Wo bist denn du auf der Karte? In irgendeinem Gebiet. Hä? Kannst du mal die Kuniaten sagen? Wofür? Warum willst du das jetzt wissen? Weil ich dich töten will. Nein, dann sag ich dir die nicht. So. Nein, ich will dir helfen. Hey, ich brauch deine Hilfe nicht. Holger's. Holger's. Ich hab deine verkackte Hilfe gar nicht angewiesen. Spaß. Ich hab jetzt, ähm, fünf Zertus-Quartz-Dust und elf Zertus-Quartz. Weißt du, das reicht? Nein. Aber ich hab auch keine Dias. Schlecht. Dias brauchst du viel. Ja, toll. Leider nehmen wir von Tobi. Ja, ich brauch die ja nur verdoppeln, ne? Mit Image-Cheater. Aber ich hab nicht so viel. Ja, du brauchst nämlich acht Stück für ein Dias, oder? Ja, oder das? Ja. Ja. Ich glaub, ich brauch auch ein Stack Kohle für ein Dias. Ja, ist egal. Dann mach ich das ME-System so nach und nach und später und wiss ich. Ja. Oder ich baue mir erstmal, ähm, ja, ne Crabby will ich nicht unbedingt. Da brauch ich auch wieder Dias für. Mach dir meinen Turtle? Ja, einen Turtle könnt ich mir machen. Hi, Zombie, wo willst denn du hin? Ach, sterben willst du? Jo, das ist natürlich drin. Ja. Alter, hör mal auf hier mit dem Wasserscheiß. Hier ein paar Kohle mit. Oh, oh. Dich hab ich doch gehört, du Schwein. Das hast du grad nicht gesagt, oder? Fuck, kalt. Eiskalt, alter. Ey, hier ist noch ne Höhle, voll geil. Gut, dass ich die Kohle mitnehmen wollte. Ah, hier ist noch Zertusquartz. Halt, 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 halt. Nein! Okay, ist noch eine. Schrei doch mal ein bisschen. Ja, der Küber wollte hier meinen Zertusquartz kaputt machen. Schrei doch mal ein bisschen. Bastard. Ich schrei voll gerne, vor allem nachts. Mhm. Wie spät haben wir überhaupt? Nacht zwei müsste es schon sein, oder? Ja, für den Rhein. Ich will mal die Spitzhacke wechseln, damit ich die nicht verbrauche. Damit ich die nicht verschwende. Ja. Ach, lol, ich bin voll. Ach, lol, ich bin voll. Lol. Motherfucker. Alter. Voll der Weimer, Alter. Das ist doch zu viel jetzt. Ich bin voll der Weimer, die sagen sowas. Echt? Immer. Motherfucker und Wichser. Bitch, sagen die auch immer. Was? Ja. Alter. Eigentlich sind das voll die Gangsters. Die müssen irgendwie viel, Alter, nee, die müssen ja auch richtig viel in die Fluchkasse bezahlen. Ja, und Hausarrest kriegen die auch bestimmt voll oft. Ja. Also ich kriege immer Hausarrest, wenn ich Bitch sage. Bis jetzt habe ich wieder eine Woche bekommen. Ja, die leben halt gefährlich, ne? Ja. Aber das ist ja auch Style von denen. Mhm. Ich habe richtig Respekt vor denen. Ja, ich auch. Vor allem immer, wenn die Bitch sagen, ne, dann erschrecke ich mich auch voll. Mhm. Das hat er jetzt gesagt, sage ich dir. Mhm. Mhm.